Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Streamer Ankündigung. Morgen abend geht es mal wieder in die Unterwasserwelt von Subnautica, denn ja, die will auf alle Fälle noch erkundet werden. Außerdem haben wir ja auch das Exoskelett beim letzten Mal noch hergestellt und mit dem können wir jetzt allerhand Zeugs abbauen. Das und noch viel mehr gibt es morgen um 20 Uhr auf Twitch und wie immer freue ich mich auf den Besuch. Euch jetzt noch ein schönes Wochenende und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich morgen. Macht's gut, bis dahin. Servus!